Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Tobias Kramer und gemeinsam mit meinem Kollegen Matthias Leuter vom NHR Zentrum Zuse Institut in Berlin möchte ich Ihnen einen Einblick geben in unsere Forschungsarbeit zur Entstehung von Kometenschweifen. Diese Arbeit wird in Kollaboration durchgeführt mit der Universität Bern, dort Professor Katrin Altweg und Martin Rubin. Ein Komet, der besonders bekannt und gut studiert ist, ist der Komet 67P Churyumov-Gerasimenko. Dieser war das Ziel der Rosetta-Raumsondenmission, die von 2004 bis 2016 unterwegs war und in den Jahren 2014 bis 2016 direkt an den Kometen Churyumov-Gerasimenko herangeflogen ist und ihn über zwei Jahre begleitet hat und so eine Vielzahl von fotografischen und auch chemischen Analysen aus nächster Nähe zu den Kometen durchführen konnte. Kometen, besonders helle Kometen, sind seltene Besucher des inneren Sonnensystems. Wenn sie denn auftauchen, dann entwickeln sie einen spektakulären Schweif, der sich über hunderttausende oder Millionen Kilometer in das Weltall erstrecken kann. Dieser Schweif besteht aus einem Agglomerat von Staub und Gasen und die Hauptbestandteile eines Kometen, jedenfalls hier von Churyumov-Gerasimenko, sind Wasser, Kohlendioxid, es kommt aber auch Kohlenmonoxid und Sauerstoff hier vor. Sie sehen hier linke Hand das Aktivitätsprofil von Churyumov-Gerasimenko, wo man einen starken Anstieg der molekularen Produktion von diesen Gasen erkennen kann und am sonnennächsten Punkt setzt dieser Komet mehr als 500 Kilogramm Wassereis pro Sekunde hier in Gas um. Aus nächster Nähe so ein Kometenschweif zu betrachten, das war nun das Ziel der Rosetta-Mission und dazu ist sie mehr als 100 Kilometer an den Kometenkern herangeflogen. Hier rechter Hand in der oberen Darstellung ist die Umlaufbahn der Rosetta-Raumsonde um den Kometenkern dargestellt und man sieht, dass hier eine nächster Nähe Messdaten gewonnen wurden. Diese Messdaten sind hier unten über einen Verlauf von 24 Stunden im Detail dargestellt. Es wird zum Beispiel minütlich gemessen, wie viele Moleküle pro Kubikmeter sich an der Position der Raumsonde befinden. Diese Kurve hier, die unterliegt starken Schwankungen, insbesondere dann, wenn sich der Komet eben dreht und wir verschiedene Seiten des Kometen sehen. Das ist schon ein Hinweis darauf, dass die Gasaktivität auch davon abhängt, wie lokal die Gase auf der Kometenoberfläche verteilt sind. Genau dieses inverse Problem haben wir am Zuse-Institut nun lösen wollen, nämlich wie kann man eigentlich aus diesen ganzen Zeitreihen-Daten hier eine Kartierung erstellen, wo uns am Ende gesagt wird, an welchen Stellen auf der Kometenkernoberfläche gibt es nun besondere, zum Beispiel Kohlendioxid- oder Wassereisquellen. Kompliziert wird das dadurch, dass der Komet Churyumov eine sehr komplexe Form aufweist. Das ist auch bei vielen Kometenkernen so, macht sie auch gerade besonders interessant. Das heißt, wir haben hier eine Darstellung der Form des Kometen Churyumov, der ein paar Kilometer groß ist. Wir sehen, dass die Geometrie eben keiner einfachen Kugel entspricht, sondern dass es hier zerklüftete Regionen gibt, dass es größere Einbuchtung gibt und dass wir also eine Vielzahl von geometrischen Berechnungen immer durchführen müssen. Diese haben wir effizient parallelisiert mittels OpenCL, der Open Compute Language, und das ermöglicht uns, diese Berechnungen sehr effizient sowohl auf GPUs wie auch auf ManyCore CPUs durchzuführen. Dann müssen wir diese Berechnungen natürlich auch für die ganzen molekularen Gassorten durchführen, was dann die Ressourcen von einem Computersystem wie dem HLN4-System erfordert. Das Resultat ist eine Oberflächenkartierung. In dem rotierenden Modell hier links sind die Kohlendioxidquellen dargestellt. Blau sind niedrigere Vorkommen und in den Gelbtönen hier sind höhere Gasvorkommen vom Kohlendioxid dargestellt. Was interessant ist, ist, dass wir die verschiedenen Gassorten verschiedene Regionen lokalisieren konnten. Zum Beispiel ist das Wassereis hier im Norden des Kometen konzentriert, das Kohlendioxid in den südlicheren Hemisphären. Das heißt, es gibt nicht eine 1 zu 1 Durchmischung, sondern wir erhalten eine räumliche Auftrennung der verschiedenen molekularen Sorten. Das Kohlendioxideis ist ein Treiber von Staub-Explosionen. Das haben wir in einer Korrelationsanalyse untersucht und konnten dann auch praktisch vorhersagen, an welchen Stellen besonders starke Staubausbrüche, wie sie hier in einer Kollektion von Bildern des Kometen sichtbar sind, dargestellt werden. Nämlich immer dort, wo eine erhöhte Kohlendioxidkonzentration vorhanden ist, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit dann insbesondere in Sonnennähe eine explosionsartige Ausbreitung einer Staub- und Gaswolke. Diese Explosion und dieser Staub- und Gasaustritt führt zu einer merklichen Verlagerung der Umlaufbahn des Kometen. Das heißt, wenn wir den Kometenbahn über 40 Jahre verfolgen, dann stellt man allein schon von der Erde aus fest, dass es sich hier eine Verschiebung gibt um einen Vollmondscheibendurchmesser. Das ist ein interessanter Hinweis, denn das ermöglicht uns auch über die Jahre, wo wir nicht die Rosetta-Mission haben, zu verfolgen, wie ist das Aktivitätsprofil eines Kometen und ändert sich zum Beispiel die Aktivität, weil bestimmte Gasquellen aktiver werden oder eben nicht so aktiv sind. Diesen kurzen Einblick hier wollte ich Ihnen darlegen, dass die Modellierung von der Kometenaktivität eine genaue Kenntnis der Geometrie erfordert und die Geometrie und die Form des Kometen sehr wichtig ist, genau zu berücksichtigt zu werden. Das wiederum erfordert aufwendige Berechnungen und dieser konkaben Form, die wir mittels OpenCL durchgeführt haben. Die komplette Analyse der Rosetta-Missionsdaten, die sehr umfangreich sind, haben wir auf den HLRN4-Ressourcen am Zuse-Institut durchgeführt. Alle Daten, die hieraus entstanden sind, sind ebenso wie die Grunddaten in öffentlichen Repositories abgelegt und werden von interessierten Kolleginnen und Kollegen verwendet, um festzustellen, ob sich andere Kometen, insbesondere auch Kometen, die gar nicht aus unserem Sonnensystem stammen, anders verhalten. Ich hoffe, dieser kurze Einblick in die Kometenphysik hat Ihnen Spaß gemacht. Sie finden hier weitere Informationen und unsere Kontaktdaten.